Hallo meine lieben Freunde, heute gibt es das Mediabook von Capelight. I'm a cyborg, but that's okay, in meinem Unboxing. Ob sich das Mediabook gelohnt hat und warum ich es beinahe verpasst hätte, das erfahrt ihr jetzt im Video. Ja, heute schauen wir uns das Capelight Mediabook I'm a cyborg, but that's okay an. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, aber erstmal einige kleine Informationen zum Film. Der Film ist bereits im Jahr 2006 erschienen, es handelt sich hierbei um eine südkoreanische Produktion. Regie führt hier auch wieder Park Chan Wook, der auch am Drehbuch mitgearbeitet hat. Für alle, die es jetzt nicht wissen, wer er das ist. Ja, der war auch für Oldboy verantwortlich, aber im Gegensatz zu Oldboy haben wir es hier mit einem etwas ruhigeren Film zu tun. Und ohne vornweg zu spoilern, alles geht eigentlich um diese junge Dame, die sich für einen Cyborg hält. Zum Film kann ich leider nichts sagen, den habe ich noch nicht persönlich gesehen. Aber zum Mediabook kann ich euch jetzt einiges berichten. Aber bevor es soweit ist, nochmal ganz kurz die Information, warum ich dieses Mediabook beinahe verpasst hätte, obwohl ich ja alle Capelight Mediabooks sammle. Ja, im Capelight Mediabook Overview gab es ja ein paar Verwirrungen. Und zwar haben da einige Mediabooks auf dieser Übersicht gefehlt. Unter anderem Murphys Gesetz, I'm a Cyborg, but that's okay. Ja, jetzt habe ich hier die Liste von Ghostland. Hier haben wir zum Beispiel Murphys Gesetz wieder drin. Und hier haben wir auch wieder, I'm a Cyborg, but that's okay, hinter Pans Labyrinth drin. Also habe ich mir das Mediabook natürlich noch schnell bestellt. Aber man könnte meinen, das wäre ein Versehen gewesen. Jetzt habe ich hier den aktuellen Flyer. So, hier ist jetzt auf einmal Murphys Gesetz einsortiert hinter Heaven's Gate. Also ganz kurios, obwohl es eigentlich hinter ein Fremder ohne Namen gehört. Ja, liebe Capelight Mitarbeiter, speichert euch doch einfach das Bild ab und hängt immer einen aktuellen Spine vom neuesten Mediabook hinten dran. Dann kommt es doch eigentlich nicht zu solchen Fehlern, die für Verwirrung stiften. Ich habe mich jetzt jedenfalls hier an diese Liste bei meiner Einsortierung gehalten. Und damit kommen wir auch zum Film, zum Mediabook. Wir haben hier die Backcard. Hier nochmal das Inhaltsverzeichnis für alle, die auf Pause drücken möchten. Dann können sie sich das durchlesen. Der Film selbst kommt mit vielen Extras, wie einem Making-of, einem Kurzfilm, ein Musikvideo, Trailer, Teaser-Trailer und so weiter. TV-Sports, hier ist alles dabei. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Mediabook an uns weitergegeben wurde. Oh, hier haben wir mal wieder etwas Neues von Capelight, glaube ich. Also wir haben ein Pappeinband, wie man halt kennt, aber wir haben hier eine Glanzfolie laminiert. Man sieht das hier, Schriftzug und Charaktere hier mit einem Glanzfilm. Wir haben hier den Spine und das Backartwork, auch hier das Motiv mit einem Glanzfilm laminiert, drübergelegt. So, jetzt zoomen wir ein bisschen ran und schauen mal, ob das Innere so gut ist wie immer. So, hier ist immer noch diese Oldboy-Werbung drin. Verstehe ich leider überhaupt nicht. Da könnte man einfach mal was Aktuelles reinlegen. So leid es mir auch tut. So, also wir haben hier eine Disc, die sich einheitlich an das Design des Innenlebens anpasst. Das war die Blu-Ray-Disc und wir haben hier hinten das Ganze, wie bekannt, auf DVD. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die beiden landen übrigens in einer Psychiatrie und das wird ihr neuer Freund. Und er hält sich für einen Meisterdieb, der, ich glaube, Charakterzüge oder sowas stehlen kann von anderen Menschen. Also da bin ich sehr gespannt auf den Film. Wird natürlich was total anderes sein als Oldboy, aber Oldboy hat mir wirklich sehr gut gefallen vom ganzen Ablauf her. So, auch wenn koreanische Filme natürlich nicht jedermanns Sache sind, aber ich finde, da gibt es einige sehr gute Filme im koreanischen Genre und auch im asiatischen Raum überhaupt. Da könnt ihr mir gleich mal in die Kommentare schreiben, was so eure lieblingsasiatischen Filme sind, was ihr so empfehlen könnt. Da gibt es einige, einige. Wer Interesse hat, kann es auch in die Kommentare schreiben, dann mache ich euch irgendwann mal eine Liste mit asiatischen Filmen, die ich cool finde. So, und das war es schon mit dem Mediabook. Also, liebe Cape Lights, einfach mal jetzt die neuesten Versionen hier hinten dran anfügen und schon gibt es keine Probleme mehr. Wie gefällt euch das? Mediabook hat schon einer von euch in der Sammlung und habt ihr vielleicht sogar schon den Film gesehen? Haut es einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt einen Daumen nach oben, falls es noch nicht geschehen lasst, ein Abo da oder und oder aktiviert die Glocke. Ich freue mich, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao! Ciao!